Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sterben am Stück. So, nachdem der Micha uns in der letzten Folge ja freundlicherweise rausgelassen hat, denke ich mal, werden wir jetzt nicht so viel Glück haben. Wir befinden uns heute auf der neuesten Map von DVD, auf dem Toba-Landeplatz. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Versionen es von dieser Map gibt. Äh, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch die Archivaufgabe, dass ich den Sunny-Kasten einmal vollständig aufbrauchen muss. Ähm, ja. Na, jetzt gucken wir mal. Was ist das? Oh, es könnte Legion sein. Legion. Legionrunden sind anstrengend. Ja, Tanata. Ich gehe davon aus, es ist ein Legion. Ja. Legion. Hm, ist besser gewesen. Toll, ich bin wieder die Letzte. Oh, hat vor ihnen. Ich bin wieder. Schlimmer. Oh, das ist nicht gesungen, okay. Okay. Den können wir abstimmen. Die Runde wird doch schon wieder... B-Scheiden. Ist denn hier der Eingang zum Keller? Okay, sie ist runter. Okay, warte, wir müssen das Ruin finden. Oh mein Gott, auf der Map... Der Map Totems finden, das ist ja... Nur mit Legion, wenn du immer wieder vom Generator weg musst mit seinem Chase. Ist halt super kacke, wenn du Ruin hast. Da. Ah, Salita, ich lasse dich kurz hängen. Nein, Vittorio, nein. Nett, dass er sie direkt am Totem hingehangen hat, dass wir das Totem finden konnten von ihm. Was ist noch da hinten? Komm mit. Nein! Oh, Mann, Leute. Alter, wo geht's hoch? Ah, wo ist der Aufgang? Ich bin im falschen Ding. Ich habe keine Ahnung, was das eine Symbol da unten heißt. Mit diesem Facepalm. Was ist das? Ich weiß es nicht. Oh, ich weiß es mal gucken. Ich ziehe durch. Oh, oh, oh. Versuch rumzudrehen. Geht nicht. Na gut. Aber ich habe den Generator noch angemacht. Das war mir wichtig. Den Generator da oben anzumachen. Weil das ist der Mittelgenerator quasi. So. So. Mal schon mal was trinken. Hm. So. Huh. Hm, da ist Lori. Lori ist die hier links. Wieso kommt sie denn hierher gerannt mit dem Killer? Was ist denn mit ihr? Jetzt mal ernsthaft, warum? Ich verstehe, ich verstehe diese Mates nicht. Das ist einfach nur, ich verkaufe meine anderen, meine anderen Mates. So, was anderes ist das nicht. Das ist eine richtige blöde Kackpups-spielweise. Wie ist das euch? Die Lori ist kacke. Penning, ist das... Let's go. Das ist mal alle weg. Vittorio? Leute, ihr blockt mich. Vittorio, was wird denn das? Ich mag das nicht geweckt von mir. Oh, hier ist der Keller. Das ist nicht gut. Ja, die wird mich jetzt umklatschen. Ich bin mal so weit weg, wie es geht. Ich kann mich trotzdem, was das für ein Symbol da unten ist. Ich hab das noch nie gesehen vorher. Oh Gott. Oh Gott. Vielleicht sterbe ich ja jetzt und bin ich raus aus dieser blöden Legion-Runde. Ach Mann, ey. Aber ich hab jetzt eben immerhin den Eingang vom Keller mal gesehen, wo ich eben den Weg nicht gefunden hab. Talita, lass das. Das ist auch eh nix. Naja, komm. Ich lass mich sterben. Bringt eh nichts. Oh Gott. Was für ne Runde. Ich sag's euch, DPD heute läuft einfach nicht. Naja. Wir gucken gleich mal in der zweiten Runde, wie es läuft. Und ähm... Ja. Hoffen wir einfach, dass es besser läuft. Also die Lori eben. Das, also, naja. Regen wir uns nicht auf. Ich hole mir einen neuen Sunny-Kasten und sehen wir uns gleich wieder. Das gleich. Huh, haben wir ein Glück gehabt. So, neue Runde, neues Glück. Es wurde sich nämlich auch noch der Krähenhost gewünscht. Und wir haben tödlicher Verfolger. Das heißt, ich werde mich mal vor den anderen Herrn dünisieren. Ja, es wurde sich nämlich noch der Krähenhost gewünscht und da haben wir Glück gehabt, dass wir den Landeplatz bekommen haben. Sally. Ich bleibe mal kurz hier hocken, damit sich mein Verzerren wieder auffüllt. Oops. Oops. Hm, hm, hm. Hm. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, 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 oh. Entschuldigung. Weiß nur langsam auch nicht mehr, ob ich noch hinrennen soll. Oh, oh, oh. Alter. Was ist die denn immer noch an mir dran? Kann die mal gehen jetzt? Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Junge! Ach, shit, jetzt hat sie mich. Hätte umdrehen sollen. Was hat die denn für eine hässliche... Ach so, das ist die Maske vom Geburtstag. Gefällt mir jetzt nicht. Keine Kombination mit dem Outfit. Nicht schön. Geh halt weg jetzt. Was ist mit dir? Warum werde ich jetzt weggekämmt? Was ist mit der Frau? Geh halt. Könntet ihr mich jetzt bitte holen? Ich bin gleich Phase 2. Please. Oh, danke. Danke. Den Hit nehme ich. Ja, ich werde jetzt weggetunnelt. Die tunnelt mich jetzt weg, die Truller. Jeff! Wow. Die kriegt von mir einen Babykiller jetzt in die Lobby reingeschrieben. Nein, nochmal nicht, aber... Was soll das? Ey, da waren drei Leute. Und sie geht... Das geht auf mich. So eine blöde Frau, ey. Ich sag ja, die Killer heute, die sind alle... Das sind alles... Das sind alles... Idioten. Ja. Jetzt jagt sich Kate mit ihr hier. Sie bleibt trotzdem bei mir. Das ist... Ich glaub, wir lassen das mit DVD heute. Das wird jetzt die letzte Runde. Also... Heute ist DVD einfach mal wieder... Ein richtig kleines... Ich kann's nicht sagen. Aber ihr wisst, was ich meine. DVD ist heute einfach wieder... Nicht nett. Die Killer sind... Jeff, nein! Opfer dich nicht, Jeff! Jeff! Nein! Don't do this! Oh, jetzt... Blockt die mich halt! Was ist mit ihr, ey? Wirklich. Naja. Was ist mit ihr? Wirklich. Was... Also... Gut. Einmal komplett rausgetunnelt. Weggecampt. So macht die DVD doch Spaß. Dafür leben wir die DVD, oder? Gut. Ich würd sagen, wir lassen das für heute. Die Folge ist jetzt sowieso vorbei. Der dober Landeplatz hat uns leider kein Glück gebracht. Ja. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch für immer fürs Zuschauen. Ich hab nicht mal meinen Sunny-Kasten benutzen können. Ich bin nicht mal dazu gekommen, mich zu heilen. Ich hasse solche Kinder wirklich. Naja, gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss!